In diesem Video wird die Handhabung und die Messgenauigkeit digitaler Multimeter untersucht. Derartige Geräte besitzen üblicherweise Messbereiche für Widerstand, Strom und Spannung. Bei den hier verwendeten Geräten gibt es zusätzlich die Möglichkeit, Temperaturen zu messen und Transistoren sowie Dioden auf Funktion zu prüfen. Aussagen zur Qualität der Geräte und Empfehlungen zum Kauf mache ich zu Ende des Videos. Auf der Gerätevorderseite des Multimeters befinden sich drei Eingangsbuchsen, in welche die Messleitungen gesteckt werden. Die mittlere Buchse ist für die schwarze Leitung und die rote Leitung wird in die rechte Buchse gesteckt. Die Notwendigkeit der dritten Buchse wird während der Durchführung von Strommessungen erklärt. Die Messelektronik und das zur Anzeige verwendete LCD-Display benötigen elektrische Energie und diese wird von einer 9V Batterie im Innern des Gerätes bereitgestellt. Wird das Gerät nicht verwendet, sollte der Wählschalter auf die Position OFF gedreht werden, um die Batterie von der Elektronik zu trennen. Beginnen möchte ich mit der Messung des Widerstands verschiedener Kohleschichtwiderstände. Der Drehschalter muss dazu auf einen gewünschten Messbereich zur Widerstandsmessung verstellt werden, die alle mit dem griechischen Buchstaben Omega, dem Symbol für den elektrischen Widerstand gekennzeichnet sind. Bei der direkten Methode zur Widerstandsmessung wird mit Hilfe der internen Batterie des Messgeräts ein Strom durch die Messausgänge geleitet und die bei dem jeweiligen Strom an dem Bauteil abfallende Spannung wird in einen Widerstandswert umgerechnet. Es sind Messbereiche für Widerstände von bis zu 2 Megaohm, 200, 20 und 2 Kiloohm sowie für 200 Ohm vorhanden. Ist die Größenordnung des Widerstands eines zu untersuchenden Bauteils völlig unbekannt, so sollte man den Drehschalter immer auf den größtmöglichen Messbereich einstellen. Die Messreihe besteht aus einem 1 Megaohm je einem 220, 27 und 2,7 Kiloohm, einem 390 und einem 10 Ohm Festwiderstand, einem 1 Megaohm Potentiometer sowie einem Stück Metalldraht. Die Festwiderstände sind mit farbigen Ringen kodiert, womit der Widerstandswert und die Toleranz dieses Wertes angegeben werden. Beginnen wir mit dem 1 Megaohm Festwiderstand. Zur Messung werden die beiden Prüfspitzen an die metallenen Anschlüsse des Widerstands gehalten und auf dem Display wird der Wert .992 angezeigt. Da der Wählschalter auf dem Bereich für bis zu 2 Megaohm steht, lautet der gemessene Wert 0,992 Megaohm. Bei der Messung der hier verwendeten Kohleschichtwiderstände ist die Polung der angelegten Prüfspannung irrelevant, wir erhalten somit den gleichen Messwert, wenn ich die Prüfspitzen vertausche. Zur Messung des Potentiometers wird dieses auf seinen Maximalwert gedreht und hier erhalten wir 0,871 Megaohm. Beide Widerstände sollten laut Aufdruck über einen Widerstand von 1,00 Megaohm verfügen, offensichtlich ist das aber nicht der Fall. Die Ursache dieser Abweichungen wird im Verlauf des Videos genauer untersucht. Für den 220 Kiloohm Widerstand erhalten wir einen Messwert von 0,219 Megaohm... ...und für den 27 Kiloohm Widerstand 0,027 Megaohm. Zur Messung dieses Widerstands kann der Wählschalter auf den nächst niedrigeren Bereich von bis zu 200 Kiloohm gedreht werden. Hier zeigt das Display 27,0, was somit einem Wert von 27,0 Kiloohm entspricht und mit einer Nachkommastelle genauer ausfällt. Wird der Schalter auf einen noch kleineren Messbereich von bis zu 20 Kiloohm gedreht, so zeigt das Messgerät durch eine einzelne 1 im Display, dass der Messwert zu groß für den gewählten Bereich ausfällt. Die Messwerterfassung sollte immer in dem kleinstmöglichen Messbereich erfolgen, um die höchstmögliche Genauigkeit zu erzielen. Nach der gleichen Vorgehensweise werden die restlichen Festwiderstände der Messreihe erfasst. Als letzten Widerstand messen wir ein Stück Draht mit einem Millimeter Durchmesser und circa 3cm Länge zwischen den Prüfspitzen. Wir messen etwa 1,5 Ohm, was für das Drahtstück recht hoch erscheint. Schließen wir zur Kontrolle die beiden Prüfspitzen direkt aneinander an. Zu erwarten wäre jetzt ein Wert von 0 Ohm, aber wir messen nach wie vor etwa 1 Ohm. Ursache hierfür sind Übergangswiderstände an den verwendeten Messleitungen und den Prüfspitzen sowie die mangelnde Präzision des verwendeten Multimeters für sehr kleine Widerstandswerte. Die nächste Messreihe befasst sich mit unterschiedlichen Spannungen. Zur Verfügung stehen ein 6V-Akku, ein Computernetzteil mit Ausgangsspannungen von 12, 5 und 3,3V sowie der regelbare Travo einer Modelleisenbahn. Spannung kann immer nur zwischen zwei Punkten in einem System gemessen werden. Üblicherweise wird ein Referenzpotential wie der Masseanschluss als einer dieser Punkte verwendet und dieser Punkt wird mit der schwarzen Prüfspitze verbunden. Mit der roten Prüfspitze wird dann die Potentialdifferenz zur schwarzen Prüfspitze gemessen. Bei der Spannungsmessung wird zwischen Gleich- und Wechselspannung unterschieden. Der Akku und das Computernetzteil geben Gleichspannungen aus, womit der Wählschalter vor dem Anlegen der Prüfspitzen auf die entsprechende Funktion eingestellt werden muss. Ist die Höhe der Gleichspannung unbekannt, so beginnt man wie bei der Widerstandsmessung mit dem höchsten Messbereich. Der Drehschalter kann stufenweise auf den passendsten Messbereich gedreht werden, nachdem die Prüfspitzen an die Gleichspannungsquelle angeschlossen worden sind. Bei dem Akku erhalten wir einen Messwert von 6,34V. Werden die beiden Prüfspitzen vertauscht, so zeigt das Gerät einen Messwert von minus 6,33V an. Im Gegensatz zur Widerstandsmessung ist bei der Messung von Gleichspannungen die Anordnung der Prüfspitzen von Bedeutung. Da diese Polung so wichtig ist, befinden sich auf dem Akku Kennzeichnungen für Plus und Minus und der Messwert ist positiv, wenn die schwarze Masseleitung des Multimeters mit dem Minuspol der Batterie verbunden ist. Der Minuspol einer Batterie wird daher auch als Masseanschluss bezeichnet. An dem Computernetzteil ist der Minuspol durch ebenfalls schwarze Leitungen gekennzeichnet und die schwarze Prüfspitze wird mit diesen verbunden. Zwischen der schwarzen und orangen Leitung ist eine Spannung von plus 3,40V... ...zwischen der schwarzen und roten Leitung eine Spannung von plus 5,10V... ...und zwischen der schwarzen und gelben Leitung eine Gleichspannung von plus 11,98V zu messen. Vertauschen der Prüfspitzen führt wie bei der Batterie zu negativen Messwerten. Gleichspannungen werden von dem Multimeter immer in Bezug auf das Potential an der schwarzen Prüfspitze gemessen. An dem Computernetzteil ergibt sich somit zwischen einer orangefarbenen und einer roten Leitung eine Spannung von plus 1,69V... ...zwischen einer roten und gelben Leitung eine Spannung von plus 6,87V... ...und schließlich zwischen orange und gelb eine Spannung von plus 8,57V bzw. zwischen gelb und orange eine Spannung von minus 8,54V. Zeigt das Multimeter eine negative Spannung an, so befindet sich der Minuspol der Spannungsquelle an der roten Prüfspitze, andernfalls ist dieser an der schwarzen Prüfspitze. Vor dem Anschließen einer elektronischen Schaltung an eine Gleichspannungsquelle sollte man die Polung überprüfen, da bei falschem Anschließen Bauteile zerstört werden können. Wechselspannung zeichnet sich dadurch aus, dass die Polarität der Spannung sehr schnell wechselt, bei dem hier verwendeten Trafo geschieht das 100mal in der Sekunde. Wird das Multimeter in der Einstellung Gleichspannung an die Wechselspannung des Trafos gehalten, so erhalten wir keinen stabilen Messwert. Wir sehen Werte um 0V herum, unabhängig von der Stellung des Reglers am Trafo. Dieser Messwert entspricht der mittleren Spannung der sinusförmigen Wechselspannung. Für jeweils sehr kurze Zeit liegt jedoch eine wesentlich höhere Spannung an, in diesem Fall bis zu plus 25V bzw. minus 25V. Zur Charakterisierung einer Wechselspannung wird daher häufig der Effektivwert gemessen. Laut Definition entspricht der Effektivwert mathematisch der Wurzel aus dem Mittelwert über das Quadrat der Spannungsfunktion während einer ganzen Zahl von Perioden. Was das wiederum genau bedeutet, soll uns an dieser Stelle nicht weiter beschäftigen. Zur Messung wird die Wechselspannung von dem Multimeter gleichgerichtet und es wird der Effektivwert gebildet. Das passiert aber nur, wenn der Wählschalter auf Wechselspannung eingestellt wird. Nun können wir die Effektivspannung am Ausgang des Trafos messen. Da die Polarität der Wechselspannung wie gesagt sehr schnell wechselt, ist der abzulesene Messwert unverändert, wenn die Prüfspitzen vertauscht werden. Wird in der Einstellung Wechselspannung eine Gleichspannung gemessen, so ist der abgelesene Wert im Vergleich zur korrekten Einstellung deutlich höher. Beachtet also immer die korrekte Einstellung des Wählschalters. Spannungen können nicht nur direkt an Spannungsquellen gemessen werden, sondern auch an Bauteilen innerhalb eines Stromkreises. Physikalisch gesehen wird das Multimeter dabei parallel zu dem zu untersuchenden Bauteil geschaltet. Der hier zu sehende Schaltkreis besteht aus einer Glühlampe, einer Diode, einem 1Kiloohm Widerstand und einem Akku. Wird das Multimeter parallel zur Glühlampe geschaltet, so messen wir plus 11.55V, der Pluspol befindet sich also rechts der Glühlampe. Halten wir die Prüfspitzen an die Metalldrähte des Widerstands, so messen wir fast den gleichen Wert von plus 11.52V, was nicht verwundert, da die Glühlampe und der Widerstand parallel zueinander geschaltet sind. An der Diode messen wir plus 0.82V... ...und an der Batterie plus 12.32V. Wird ein Multimeter in der Funktion zur Spannungsmessung verwendet, so bezeichnet man dieses auch als Voltmeter. Die nächste zu besprechende Funktion ist die Strommessung. Wird ein Multimeter in der Funktion zur Strommessung verwendet, so bezeichnet man dieses auch als Ampermeter. Das hier zu sehende Multimeter besitzt vier Bereiche zur Messung von Gleichstrom. 2, 20, 200mA sowie 10A. Um Ströme größer als 200mA bis zu 10A messen zu können, muss die rote Prüfspitze mit der linken Buchse des Messgeräts verbunden werden. Die Strommessung geschieht im Prinzip als eine Spannungsmessung. Dabei wird der Spannungsabfall an einem konstanten ohmschen Widerstand bekannter Größe gemessen und die Spannung in den durch diesen fließenden Strom umgerechnet und auf dem Display angezeigt. Je höher der fließende Strom, um so geringer sollte dabei der Widerstand des verwendeten Messwiderstands ausfallen, da durch diesen die Messung beeinflusst wird, wie wir später noch sehen werden. Für Ströme oberhalb 200mA besitzt das Messgerät auf seiner Platine einen Widerstand bestehend aus einem Drahtbügel zwischen der mittleren und linken Anschlussbuchse. Einen derartigen speziellen Messwiderstand bezeichnet man als Schandwiderstand oder kurz als Schand. Der sehr niederohmige, separate Widerstand ist nötig, da der zu messende Strom ansonsten durch die sehr dünnen Anschlusskontakte des Wellschalters fließen würde. Diese sehr dünnen Kontakte würden Strömen über einem Ampere jedoch nicht standhalten. Um den durch einen Stromkreis oder ein Bauteil fließenden Strom messen zu können, muss das Multimeter in Serie zu diesem geschaltet werden. Dazu muss der Stromkreis geöffnet und das Multimeter in diesen eingefügt werden. Wie bei der Widerstands- und Spannungsmessung sollte in einem unbekannten Stromkreis die Messung mit dem größtmöglichen Bereich beginnen. Starten wir die Messung also mit dem 10A-Bereich, womit die rote Prüfleitung in die linke Buchse gesteckt werden muss. Wird der Stromkreis geschlossen, so fließt ein Strom von 0.82A durch diesen und somit auch durch das Multimeter. Der Widerstand und die Glühlampe sind parallel zueinander geschaltet. Um den Strom durch den Widerstand messen zu können, muss das Multimeter in dessen Zweig des Stromkreises eingebaut werden. Hier messen wir einen Strom von 0.01A. Wie zu sehen, können wir einen kleineren Messbereich wählen, um den Wert mit höherer Genauigkeit erfassen zu können. Dazu muss der Stromkreis unterbrochen, die rote Messleitung in die rechte Buchse gesteckt und der Wählschalter auf 200mA gedreht werden. Jetzt kann der Stromkreis wieder geschlossen werden und wir messen 11.6mA. Wir können also auf den Bereich bis 20mA umschalten. Bei Strommessungen sollte die Umschaltung zwischen verschiedenen Messbereichen nur dann erfolgen, wenn keine Spannung an dem zu prüfenden Stromkreis anliegt. Beim Umschalten wird der Stromfluss nämlich immer kurz unterbrochen, wodurch an dem Schalter gefährliche Spannungsspitzen auftreten können, wenn sich Elektrospulen in dem Stromkreis befinden. In dem jetzt kleineren Messbereich wird der Strom mit 11.49mA angezeigt. Wie beim Messen von Gleichspannung ist bei der Messung von Gleichstrom die Polung der Prüfleitungen zu beachten. Werden die Anschlüsse vertauscht, so wird ein Strom von minus 11.50mA angezeigt, der Strom fließt jetzt in umgekehrter Richtung durch das Multimeter. In der aktuellen Stellung des Wählschalters kann ein Gleichstrom von 0 bis 20mA gemessen werden, scheinbar wird hier dennoch ein Wechselstrom angezeigt. Das liegt jedoch an der in dem Schaltkreis verbauten Diode, die den Strom nur in einer Richtung passieren lässt und diesen somit gleichrichtet. Wird eine zweite Diode eingefügt, so kann der Strom in beide Richtungen fließen und wie erwartet wird ein Messwert um 0mA herum angezeigt, das Gerät besitzt keine Einstellung zur Messung von Wechselstrom. Nachdem wir gelernt haben, wie Strom und Spannungsmessungen durchgeführt werden, kommen wir erneut zur Bestimmung des Widerstands. Der zu prüfende Widerstand wird an eine regelbare Gleichstromquelle mit einer für Menschen ungefährlichen Maximalspannung von 12V angeschlossen und mit dem ersten Multimeter wird der durch das Bauteil fließende Strom gemessen. Mit einem zweiten Multimeter kann gleichzeitig die an dem Widerstand abfallende Spannung gemessen werden. Der ohmsche Widerstand wird aus den Messwerten für Strom und Spannung errechnet. Für die Messreihe werden erneut die Kohleschichtwiderstände mit 10 und 390 Ohm... ...2,7, 27 und 220 Kiloohm... ...sowie einem Megaohm verwendet. Bei der hier verwendeten Schaltung der beiden Multimeter kommt es zu Abweichungen, die sich bei sehr hohen Widerständen deutlich bemerkbar machen. Ursache hierfür ist die Tatsache, dass der Widerstand eines realen Voltmeters nicht unendlich groß ist und somit bei Spannungsmessungen immer ein kleiner Strom durch das verwendete Multimeter fließt, der von dem Ampermeter ebenfalls gemessen wird. Mit Hilfe eines dritten Multimeters kann das verdeutlicht werden, indem dieses in den Stromzweig mit dem Spannungsmesser geschaltet wird. Bei dem Widerstand von einem Megaohm fließt ein Strom von immerhin 0,012mA durch das zur Spannungsmessung verwendete Multimeter, was in etwa der Hälfte des Gesamtstroms entspricht. Ziehen wir diesen Messwert von dem Gesamtstrom ab, so fließen lediglich 0,011mA durch den zu bestimmenden Widerstand und der errechnete Widerstandswert ist deutlich näher an dem erwarteten Wert. Je kleiner der Widerstand des zu bestimmenden Bauteils, umso kleiner der Fehlerstrom und bei dem 390 Ohm Widerstand ist dieser vernachlässigbar. Stehen nur 2 Multimeter zur Verfügung, bietet sich eine abgeänderte Schaltung an. Das Multimeter für die Strommessung bleibt in Serie zu dem Widerstand, das Multimeter für die Spannungsmessung wird jedoch parallel zu beiden Bauteilen angeschlossen. Nun fließt bei hohen Widerstandswerten zwar immer noch ein unerwünschter Strom durch das Voltmeter, jedoch fließt dieser an dem Ampermeter vorbei und wird somit nicht in den Messwert eingerechnet. Bei dieser Messanordnung kommt es jedoch bei niedrigen Widerständen zu größeren Abweichungen. Wie wir bereits gelernt haben, wird der Strom von dem Ampermeter als Spannungsabfall an einem bekannten Widerstand im Innern dieses Gerätes gemessen. Dieser sogenannte Innenwiderstand des Amperimeters ist zwar klein, aber nicht Null. Mit dem Ampermeter wird also ein zusätzlicher Widerstand in Serie zu dem zu untersuchenden Widerstand angeschlossen. Dadurch kommt es an dem Ampermeter zu einem Spannungsabfall, der von dem Voltmeter zusätzlich zu dem Spannungsabfall an dem zu messenden Widerstand angezeigt wird. Mit dem dritten Multimeter kann dieser Spannungsabfall angezeigt werden. Dieses ist nun auf Spannungsmessung eingestellt und parallel zu dem Ampermeter geschaltet. Die angezeigte Spannung kann von dem Messwert von Voltmeter Nummer 1 abgezogen werden, wodurch der Endwert genauer erfasst wird. Bei dem 10 Ohm Widerstand beträgt der Spannungsabfall am Ampermeter 0.177V im Vergleich zu der Gesamtspannung von 0.312V. Bei dem 1 Megaohm Widerstand verschiebt sich das Verhältnis auf nur noch 1.2 Millivolt zu 11.48V und ist damit vernachlässigbar. Für die gleichzeitige Messung von Strom und Spannung an einem niederohmigen Widerstand ist die erste Schaltung vorteilhafter, für hochohmige Widerstände die zweite. Bestimmen wir den Innenwiderstand von Multimeter Nummer 3, indem wir dieses als zu messenden Widerstand in den Stromkreis einbringen. Zunächst messen wir den Innenwiderstand in der Einstellung zur Gleichspannungsmessung. Der Innenwiderstand ist hier sehr hoch, weswegen Schaltung Nummer 2 vorteilhaft ist. Wir erhalten einen recht hohen Wert von 600 Kiloohm in dem 200 Millivolt Bereich und etwa 1 Megaohm in den übrigen Messbereichen. Nun messen wir mit Schaltung Nummer 1 den Innenwiderstand in der Einstellung für Strommessungen. Es ergeben sich niedrige Werte von etwa 1,2 Ohm in der Einstellung für 200 Milliampere, 10,3 Ohm in der Einstellung für 20 Milliampere und 100,6 Ohm in der Einstellung für 2 Milliampere. Mit der Einstellung für Widerstandsmessung können wir mittels Zweier-Multimeter diese Werte auch direkt messen. Wir erhalten 100,6, 10,6 beziehungsweise 1,5 Ohm bei der Einstellung für Strommessungen in den Bereichen 2, 20 und 200 Milliampere. In der Einstellung zur Spannungsmessung ergibt sich etwa 1 Megaohm in allen Messbereichen. Deutlich abweichend im Vergleich zur indirekten Messung ist dabei der Wert im Messbereich 200 Millivolt. Diese Abweichung habe ich auch schon in der ersten Version dieses Videos vor über einem Jahr gemessen, einen Messfehler möchte ich daher ausschließen. Unterbreitet mir Vorschläge, woran das liegen könnte. Prüfen wir noch, welche Spannung das Multimeter an ein Bauteil legt, wenn dieses auf Widerstandsmessung eingestellt ist. Hier ist ein 6 Kiloohmpotentiometer an die Buchsen des rechten Multimeters angeschlossen, das als Ohmmeter fungiert. Wird das linke Multimeter, mit dem die Spannung gemessen wird, parallel zu dem Widerstand geschaltet, so lesen wir einen Wert von plus 0,213 Volt, womit sich der Pluspol des Widerstandsmessers an dessen rechten Buchse befindet. Der gemessene Widerstand beträgt 6,14 Kiloohm. Wird der Widerstand des Potentiometers verringert, so sinkt die von dem Ohmmeter ausgegebene Prüfspannung und bei einem Widerstand von 4,83 Kiloohm messen wir 0,177 Volt... ...und schließlich bei 3,84 Kiloohm 0,147 Volt. Es ergibt sich ein nahezu linearer Zusammenhang. Der angezeigte Widerstand in Kiloohm entspricht etwa 27 mal der ausgegebenen Prüfspannung. Zu kleineren Widerstandswerten hin sinkt dieser Faktor deutlich auf nur noch 23, denn wir messen einen Widerstand von 1,86 Kiloohm bei einer Spannung von 0,079 Volt. Die 1,86 Kiloohm können jedoch auch in dem 2 Kiloohm Messbereich untersucht werden und hier messen wir 1,854 Kiloohm bei einer Spannung von jetzt 1,261 Volt. Die Spannung ist beim Umschalten auf den kleineren Messbereich sprungartig angestiegen. Mit dem neuen Messbereich hat sich auch der Faktor zwischen Prüfspannung und angezeigtem Widerstandswert sprungartig geändert. Dieser liegt jetzt bei etwas über 1. Messen wir als nächstes den von dem Multimeter ausgegebenen Strom, indem wir das zweite Multimeter in Reihe zu dem Potentiometer schalten. Im Gegensatz zur gemessenen Spannung ändert sich der Stromfluss durch das Potentiometer nur leicht. Erst bei sehr niedrigen Widerstandswerten des Potentiometers steigt der Strom merklich. Wird auf einen niedrigeren Messbereich zur Widerstandsmessung umgeschaltet, so steigt der Strom sprungartig an. Die Widerstandsmessung erfolgt, indem das Multimeter als Konstantstromquelle fungiert und die zur Aufrechterhaltung des Stromes nötige Spannung wird in den Widerstandswert umgerechnet. Die jeweilige Stromstärke hängt von dem gewählten Messbereich ab. Je niedriger der Messbereich, umso höher der Prüfstrom. Mit einem dritten Multimeter können wir die Prüfspannung und den Prüfstrom gleichzeitig messen und die Berechnung überprüfen. Der direkt gemessene Wert stimmt mit dem aus Strom und Spannung errechneten Widerstandswert gut überein. Der Stromanstieg hin zu niedrigen Widerstandswerten wird von dem Multimeter offensichtlich kompensiert. Die Übereinstimmung ist jedoch nicht 100%ig. Nachdem wir durch den Innenwiderstand verursachte Fehlerquellen bei Messvorgängen kennengelernt haben, bleibt eine Frage offen. Wie verlässlich sind die angezeigten Werte der verwendeten Multimeter? Hier sind alle drei Geräte parallel zu einer Spannungsquelle angeschlossen. Es liegt an den Eingängen der Voltmeter die gleiche Spannung an, folglich sollten alle drei Geräte den exakt gleichen Wert anzeigen. Wie zu sehen, ist das nicht der Fall. Die Genauigkeit für Spannungsmessungen ist bei diesem Gerätetyp mit einem relativen Fehler von 0,5% plus minus zwei Digits angegeben. Das bedeutet, dass bei einem abgelesenen Wert von 12,91 Volt in dem Messbereich für 20 Volt zunächst 0,5% hinzu bzw. abgerechnet werden müssen. Aus dem relativen Fehler erhalten wir damit plus bzw. minus 0,06 Volt Abweichung. Zu dieser Abweichung müssen noch zwei Digits hinzugerechnet werden. Ein Digit ist die momentan kleinste Anzeigestelle des Multimeters. In dem gewählten Bereich entspricht ein Digit 0,01 Volt und zwei Digits ergeben 0,02 Volt. Insgesamt beträgt die Abweichung somit 0,08 Volt. Messen wir die gleiche Spannung im Bereich 600 Volt, so entspricht die letzte Anzeigestelle einem Volt. Ein Digit entspricht in diesem Messbereich also einem Volt und wir müssen mit einer Abweichung von bis zu 2 Volt rechnen. Es ist also immer von Vorteil den kleinstmöglichen Messbereich einzustellen. Abweichungen ergeben sich auch, wenn alle drei Geräte in Serie geschaltet sind und somit der gleiche Strom durch diese Kette fließt... ...oder wenn alle drei Geräte ein und denselben Widerstand messen. Beim Messen der Widerstände war die Abweichung vom aufgedruckten Wert bei dem 1 Megaohm Potentiometer am auffälligsten. Weicht der angezeigte Wert des Multimeters von dem erwarteten Wert deutlich ab, liegt das nicht nur an der Abweichung des Messgerätes, sondern auch an den Fertigungstoleranzen der Widerstände. Für das verwendete Potentiometer gilt eine Abweichung von bis zu plus minus 20%, womit der angezeigte Messwert durchaus plausibel erscheint. Euch ist sicher schon aufgefallen, dass bei dem mittleren Multimeter ein zusätzliches Symbol links im Display zu sehen ist. Damit wird angezeigt, dass die Spannung der internen Batterie am unteren Limit angelangt ist und diese baldmöglichst ersetzt werden sollte. Mit einer frischen Batterie können wir prüfen, wie groß dieser Einfluss auf die Messwerte ist. Mit der fast leeren Batterie erhalten wir einen Messwert von 15.71V... ...und mit der neuen Batterie einen davon deutlich abweichenden Wert von 12.89V. Diese Abweichung ist also tatsächlich auf die unterschiedliche Batteriespannung zurückzuführen. Gute Messgeräte besitzen eine bessere Spannungsstabilisierung und der Einfluss der internen Batteriespannung ist kleiner, dennoch sollte die Aufforderung zum Wechsel der Batterie ernst genommen werden. Bei diesen Billiggeräten sind die Messwerte so weit auseinander, dass diese deutlich außerhalb der angegebenen Fehlertoleranz liegen. Kommen wir noch zum Einfluss der Temperatur auf die Messwerte. Die Gehäuserückseite des rechten Multimeters ist entfernt und mit einem Heißluftgebläse kann die Messelektronik erwärmt werden. Bei einer Temperatur von 15 Grad wird die Spannung mit 12.92V angezeigt. Sobald ich das Heißluftgebläse einschalte, steigt die Temperatur und der Messwert fällt in der Aufheizphase auf minimal 12.63V. Die Differenz der Anzeigewerte bleibt selbst bei einem Temperaturanstieg um fast 100 Grad unter 0.3V. Die Temperaturstabilität des Billiggerätes kann somit als recht gut bezeichnet werden, besonders im Hinblick darauf, dass beim Aufheizen kein Temperaturgleichgewicht vorliegt. Es gibt aber gute Gründe beim Kauf keinesfalls zu diesen Billiggeräten zu greifen. Ein entscheidender Nachteil ist die miese Verarbeitungsqualität. Zum Batteriewechsel müssen zwei Schrauben gelöst werden, die lediglich in ein Plastikgewinde greifen. Das ist so etwa nach dem dritten Batteriewechsel dahin und der Deckel schließt nicht mehr richtig. Weiterhin platzt die Plastikumwandlung der Stecker der Prüfspitzen aufgrund der schlechten Materialien relativ schnell auf. Beide Punkte führen dazu, dass die Isolierung des Messgerätes nicht mehr gegeben ist und beim Messen hoher Spannungen Lebensgefahr besteht. Die Prüfleitungen sind sehr spröde und bei einem Messgerät ist mir die Leitung im Innern der Prüfspitze zunächst unbemerkt abgebrochen, was zu recht merkwürdigen Messergebnissen geführt hat. Gefährlich wird das, wenn man sich auf sein Multimeter verlässt und davon ausgeht, dass an einem unbekannten Stromkreis keine Spannung anliegt, das aber aufgrund der gebrochenen Prüfleitung lediglich nicht bemerkt wird. Der Drehschalter führte zumindest bei einem Gerät recht schnell dazu, dass dieses ebenfalls falsche Messergebnisse anzeigt, da der Schalter nicht immer an der korrekten Stelle einrastet. Gebt also lieber etwas mehr Geld für ein solide verarbeitetes Messgerät aus, dann habt ihr länger Freude daran. Wie überall gilt, wer billig kauft, kauft zweimal oder noch häufiger. Mit der Widerstands-, Spannungs- und Strommessung sind die typischen Funktionen eines digitalen Multimeters abgedeckt. Das hier gezeigte Gerät besitzt noch eine Funktion zur Temperaturmessung, die ich bereits in diesem Video eingesetzt habe. Dazu müssen die Prüfspitzen durch einen Temperatursensor ersetzt werden, dessen Stecker in die mittlere und rechte Buchse auf der Vorderseite gesteckt werden. Der Temperaturbereich erstreckt sich laut Datenblatt von minus 20 bis plus 1000 Grad Celsius. Die 0 Grad lassen sich mit Eiswasser prüfen und dieser Wert wird exakt eingehalten. Kochendes Wasser wird mit etwa 97 Grad gemessen, dieser Wert hängt allerdings in nicht unbeträchtlichem Maße von dem umgebenden Luftdruck ab. Die Widerstandsmessung wird um einen sogenannten Durchgangsprüfer erweitert. In dieser Stellung wird der Widerstand gemessen und sobald dieser unter einen bestimmten Wert fällt, ertönt ein Signal, so dass die Messung auch ohne Blick auf das Display erfolgen kann. Damit lassen sich zum Beispiel Transformatoren oder die Ankerwicklung eines Elektromotors schnell überprüfen. In der Stellung für Widerstände bis zu 2Kiloohm kann der Spannungsabfall an einer in Vorwärtsrichtung geschalteten Diode gemessen werden. Dazu muss die schwarze Prüfspitze an die Kathode und die rote Prüfspitze an die Anode gehalten werden. Bei falscher Polung wird eine 1 im Display angezeigt. In der Stellung HFE können mit dem Multimeter Bipolartransistoren überprüft werden. Dazu müsst ihr wissen, ob es sich um einen NPN oder PNP-Typen handelt und die Anschlüsse für Basis, Emitter und Kollektor müssen in die entsprechend markierten Löcher gesteckt werden. Als Messwert wird die Gleichstromverstärkung bei 3V Emitter-Kollektorspannung und 10uA Basisstrom ausgegeben. Die Anordnung ist nur für Kleinsignaltransistoren zu gebrauchen und ich persönlich habe die Funktion erstmals in meinem Leben für dieses Video verwendet. Wie Messungen prinzipiell durchzuführen sind, sollte euch jetzt so einigermaßen klar sein. Zuletzt also noch ein paar Anmerkungen zu Dingen, die in der Praxis schiefgehen können. Ihr beabsichtigt, die Spannung an einem Bauteil zu messen und habt dazu den Messbereich für Gleichspannung angewählt, die rote Prüfleitung ist aber irrtümlich in der Buchse für 10A Strommessung. Unabhängig vom gewählten Messbereich fließt jetzt ein Kurzschlussstrom über den sehr niederohmigen Drahtbügel, der im Innern des Multimeters als Messwiderstand verwendet wird. Wenn ihr Pech habt, raucht ein Bauteil des Stromkreises ab, bevor ihr den Irrtum bemerkt. Das Multimeter ist gegen Ströme über 200mA durch eine Schmelzsicherung abgesichert. Diese Sicherung greift aber nicht, wenn ihr den 10A Messbereich verwendet. Im Extremfall raucht die Platine eures Multimeters ab. Einen Kurzschluss könnt ihr auch verursachen, wenn die Prüfleitung zwar in der korrekten Buchse sitzt, der Wählschalter jedoch auf Strommessung anstatt auf Spannungsmessung steht. Das Multimeter ist in diesem Fall durch die eingebaute Schmelzsicherung geschützt, der von euch untersuchte Schaltkreis kann dadurch aber mitunter dennoch zerstört werden. Der Widerstand von Bauteilen darf nicht innerhalb von Schaltkreisen gemessen werden. Das Multimeter legt eine Spannung an das zu messende Bauteil und diese kann bei falscher Polung oder zu hoher Spannung zur Zerstörung integrierter Schaltungen führen. Auf Platinen oder dem hier zu sehenden Experimentier-Steckbrett sollten daher nur die an den Bauteilen abfallenden Spannungen gemessen werden. Beim Messen der Spannungen sollte darauf geachtet werden, dass man nicht mit der Prüfspitze abrutscht und dadurch einen Kurzschluss verursacht. Bei angeschlossenen Prüfspitzen darf der Wählschalter aus den genannten Gründen nicht zwischen verschiedenen Funktionen umgeschaltet werden. Generell gilt, wer in der Handhabung von Multimeter nicht geübt ist, sollte hohe Spannungen meiden. Es sollte immer darauf geachtet werden, dass man keine spannungführenden Teile, also blankes Metall mit der Hand berührt, da auch in Stromkreisen, die an Niedrigspannung angeschlossen sind, hohe Spannungen induziert werden können, sollten sich Spulen in diesen befinden. Verwendet für eure Experimente rund um digitale Multimeter wie in diesem Video nur Spannungen bis zu 12Volt. Zu allerletzt gibt's noch eine kleine Denkaufgabe. An die Batterie mit einer Spannung von 12,88V ist ein Spannungsteiler aus zwei Festwiderständen angeschlossen. Für einen Spannungsteiler gilt, dass die Summe der Spannungen an den beiden Widerständen der Gesamtspannung entspricht. Für den hier gezeigten Schaltkreis scheint das aber nicht zu gelten. Wir messen 8,91V an dem unteren und 1,95V an dem oberen Widerstand, womit die Summe um 2,02V kleiner als die Gesamtspannung ist. Die sich ergebenden Fragen lauten, wo sind die fehlenden 2,02V geblieben und wie groß sind die beiden Festwiderstände aus denen der Spannungsteiler aufgebaut ist? Ein ähnliches Problem ergibt sich für die Strommessung in dem hier gezeigten Schaltkreis, der an 3,3V Gleichspannung angeschlossen ist, speziell für die Parallelschaltung der beiden rechten Widerstände. Der Gesamtstrom sollte der Summe der Teilströme durch die beiden Widerstände entsprechen. Auch hier ergibt sich eine signifikante Abweichung von fast 0,4mA. Wer das Video aufmerksam angesehen hat, sollte hierzu die passenden Lösungen finden. Die Messwerte zum Video und die Auflösung der beiden Aufgaben gibt's auf der Projektseite zum Nachlesen und in diesem Sinne... ...dange fürs Angucke und bis bald! 30,4mA Wo sind die beidenезде drin in dieserfield? 2 4 три Bis zum nächstenmaler Bis zum nächsten Mal, wählen Sie